Da geht es einfach ein bisschen darum, mal zu zeigen, wie hier die ganze Aufnahme und alles passiert, wie das Bild von mir zu Hause über Adorfos zu Hause in den Stream zu euch nach Hause kommt. Das klingt zwar relativ einfach, aber hat uns doch schon einige Kopfnüsse bereitet, aber inzwischen ist das ja die x-te Veranstaltung, die wir irgendwie auf diese Art und Weise fahren. Von daher haben wir da schon ein bisschen Routine und trauen uns jetzt auch zu, das mal zu zeigen, was wir hier einstellen. Ich rede einfach mal weiter. Wir setzen für die ganze Übertragung zum einen von mir zu Adorfer, wo die Regie sitzt, ein Tool namens obs.ninja ein. Das kann ich einfach im Browser aufrufen und kann da mein Kamerabild und meinen Ton senden. Das kann man für theoretisch beliebig viele Speaker tun. Ich kann sogar meinen Bildschirm über dieses Tool teilen und bei Adorfer kommt dann in der Software OBS, das ist eine richtige Desktop-Software zum installieren, kommt dann ein Stream an, der diese Bild- und Tondaten enthält. Und die werden wiederum eingebunden und dann in unser Gesamtbild eingefügt, sodass man da hin und her schalten kann, dass man schöne Effekte haben kann, dass man das Bild der Präsentation größer hat als den Speaker, dass sich zwei Leute unterhalten können und es sieht so aus, als könnten die sich sehen. Können wir natürlich nicht. Doch, können wir schon ein bisschen, aber ja. Ja, ich habe jetzt mal reingeholt dort. Ich hoffe mal, dass ich das irgendwo auch im Vollscreen bekomme. Die Präsentation 16 suche ich, aber die ist irgendwie verloren gegangen, wie es scheint. Also dieses Tool OBS Ninja ist eine reine Web-Applikation, die über Web-RTC funktioniert und die URL, die da oben jetzt drinsteht, könnt ihr gerne klauen. Die ändert sich von Talk zu Talk. Also ihr könnt jetzt maximal diesen Talk hier nuken. Also wie funktioniert es? Die einzelnen Personen, die mit in den Talk reinkommen, bekommen halt so einen Invite-Link. Das ist dieses Ding hier oben. Und wenn die dann da draufklicken in ihrem Browser, dann bekommen sie halt die Frage, was für eine Kamera oder was für ein Desktop sie freigeben wollen. Dann regelt man erstmal die Kamera. Und wenn man dann dort drin ist, erscheint das bei, hier in dieser Director View, hier in einem dieser Fenster drin. Und dann haben wir eine Zuordnung, wie diese einzelnen Dinge dann, ups, jetzt habe ich mich da selber rausgegeben. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da einen anderen View finde. Präsentation 1. So, ich stehe mal den hier und gehe mal rüber. So. Kann ich also zuordnen, habe hier so Slots und über diese Slots sage ich, wo das dann in meinem OBS rauskommt. Auf die Anrichtung des OBS komme ich gleich. Ich habe hier zusätzlich noch so ein paar Funktionen, in denen ich beispielsweise, so dann, jetzt habe ich mich selber wahrscheinlich gerade gemutet, wenn der also irgendwie trinken möchte oder im Untergrund der Hund bellt oder so. Es gibt hier noch so ein paar mehr Einstellungen, je nachdem, was denn das so hergibt. Ich kann, wenn es Echo gibt, kann ich auch einen Guest entsprechend deafen, sodass er sein eigenes Signal nicht zurückbekommt. Ich könnte zusätzlich ein Video mixen. Und je nachdem, was die Webkamera hergibt, kann ich jetzt hier auch noch an der Helligkeit was verdrehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeine Auswirkung hat. Ja, man sieht etwas tatsächlich. Ja, man sieht davon was. Okay, gut. Bin ich jetzt erstaunlich, aber gut. So, ich könnte jetzt beispielsweise bei dir Video-Settings... Haha. Warte mal, wo ist es denn? Ah, bei dir geht das... Ah, aber das OBS kann ich nicht fernstellen. Das greift also irgendwie direkt im Web-RTC dann auf die Kameraeinstellung durch. Ich kann aber auch zusätzlich in die Audio-Settings, könnte ich jetzt noch ein Gain-Control reinstellen, Echo-Cancellation, Noise-Suppression. Da muss man dann zuschauen, dass, wenn es wirklich ein Auto-Gain-Control schon bei dem Vortragenden, der Vortragenden drin ist, dann sollte man nicht das dort auch anhaben, weil das dann so sich so doppelt verstärkende, aufschaukelnde Effekte gibt. Ja, gut. So. Also, das ist dieses OBS Ninja. Das dient also jetzt erstmal nur dazu, damit die Leute das freigeben können, ihre Kamera. Und jetzt haben die... Ha, wie zeige ich das denn jetzt am besten? Jetzt kannst du natürlich, du kannst jetzt natürlich den, genau, dein OBS teilen. Falls ihr Fragen habt zu den ganzen Sachen, wir haben einen Chat in unserem Stream, dem Stream von Freifunk München. Das ist erreichbar unter stream.ffwcw.freifunk.net. Da gibt es einen Chat, da können wir uns Fragen stellen, die wir dann versuchen auch live zu beantworten. Gut, jetzt haben wir hier eine sehr rekursive Sache. Das ist also jetzt quasi hier im Vordergrund mein Teilnehmerfenster. Ich mache das andere mal hier ein bisschen größer. Und da gibt es halt die Funktion ein zusätzliches Fenster, create a secondary screen. Das habe ich jetzt schon gemacht, das habe ich jetzt nämlich diesem Monitor geteilt. Aber Andi, nee, du kannst es ja bei dir jetzt nicht schauen. Würdest du bei dir nochmal ein Fenster teilen? Weil ich möchte das jetzt nicht abbrechen, weil sonst fällt uns hier die Präsentation raus. Ja, ich kann einfach mal einen Tab irgendwie aufmachen, oder? Genau. Man kann da also entweder nur einen Browser teilen, also ein Fenster, ein Applikationsfenster oder auch einen ganzen Bildschirm. So, und wenn Andi jetzt was teilt, sollte das gleich, da, öpp, ich mache das jetzt mal groß. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So, jetzt solltet ihr auf 2D-Welt sehen. Ich glaube, ich sollte mal auf Rain. Genau, und immer wenn da so Störungen kommen, habe ich hier auch so eine Tasse, die nennt sich Rainbow Puke Fix. Dann wird also quasi ein, was ist das denn, ein B-Frame, ein I-Frame ausgelöst, ne? So, damit halt das Bild wieder klar wird. So, wir haben hier in der kleinen View jetzt was Andi teilt. Und wenn ich das jetzt beispielsweise einfach nur hier rauskopiere, holen wir das jetzt hier rüber. So, und das ist jetzt einfach eine Browser-Source, die ich auch so im OBS dann einbinden werde. Da kommt jetzt gleich ein Play-Button, den muss man... So, und das ist das, ich sehe hier quasi jetzt als Browser-Source das, was Andi gerade bei sich teilt. So, und diese Browser-Source, so wie sie da steht, würde ich jetzt im OBS einbinden. So, ich mache das mal zu. Das ist super. So, und jetzt habe ich irgendwo P1 mit einem Insert. Speaker 1, wir sind jetzt in dem falschen Slot, weil ich in dem Herald-Slot bin und du bist in dem anderen. Warte mal, ich gucke mal. Also ihr seht, man kann sich ja auch wunderbar verlieren in dem Ganzen. Also man muss schon irgendwie die Übersicht behalten. Aber natürlich ist das Tool sehr mächtig und man kann tatsächlich auch so Veranstaltungen fahren, wo man irgendwie mal Gäste spontan mit reinholt, so als Schalte oder mit mehreren so Panels abhält. Das würde man, glaube ich, alles hinbekommen. Man muss nur auf, dann quasi auf der OBS-Teile wieder vorbereitet sein. Ja, so, ich schiebe jetzt uns rüber ein OBS. Jetzt wird es ein bisschen größer. So, das ist No Machine, also eine Desktop-Fernsteuerung für einen Rechner, der hier im gleichen Raum steht, zufälligerweise. Aber wenn das einmal anders muss, kann der auch woanders stehen. So, und das ist jetzt die Ansicht von einem OBS. Sehr rekursiv. Genau, ein OBS in einem OBS in einem OBS. Das, was momentan gesendet wird, ist, dass wir in dem Bereich vorstellen, dass es normalerweise ein normales Programm wäre und nicht nochmal ein OBS. Ah, jetzt sehen wir auch mal was anderes da drin. So, und hier habe ich jetzt so die verschiedenen Views, die es gibt. Ja, genau. Das ist also das, wenn ihr OBS kennt, das ist der Studiummodus. Hier im linken Bereich haben wir das, was vorausgewählt ist, was beim Übergang dann gesendet wird. Und das hier rechts ist dann das Programm, was aktuell gerade übertragen wird. Also Vorschau und Programm. Ihr habt gesehen, im Stream hat es jetzt gerade einmal gewechselt. Ich wechsle wieder zurück. Schwupps. Und da liegt dann auch, also da sind dann halt die ganzen Szenen drin. Ich kann auch mal eben Ansicht, die ganzen Szenen, die wir zusammengebaut haben, Multiview im Fenster. So, das sind die verschiedenen Kameras. Das ist die Vorschau, das ist das, was gerade gesendet wird. Und das sind die verschiedenen Views, die ich jetzt alle zur Auswahl habe. Das wäre alles, also jetzt kann man sagen, das wäre dann, wenn ich als nächstes da rein möchte. So, klicke ich mal drauf. Ne, wird das jetzt übernommen? Ne, der Übergang, da muss man immer noch auf den Übergangs-Button drücken. Ja, ich dachte, genau, ich dachte, ich hätte den hier auf dem Hotkey. Das geht aber irgendwie nicht durch. Schade. So, ich habe hier dann die verschiedenen Views mit Overlay und ohne Overlay in verschiedener Ansicht. Und das heißt, da kann man halt schauen, je nachdem, wie die Vortragsfolie gerade ausschaut, ob man den Speaker da groß reinbringt. Wenn da nur wenig Text ist, macht man die Folie kleiner. Wenn die Rappel-Rappel voll ist, dann wird es halt eine Folie, wo das Ganze lieber im Vollbild ist. Entweder mit einem kleinen Speaker drin oder eben auch ohne den Speaker. Ich weiß, ich sehe sie jetzt gerade nicht. Es kam gerade im Chat auch der Hinweis, dass diese grauen Flächen immer wieder kommen. Ist das jetzt, weil wir so viel rekursiv machen? Weil wir so viel rekursiv machen. Jetzt zum Beispiel gerade wieder. Ja, ja. Weil wir hier so viel rekursiv machen. Das ist aber mein Rechner hier, weil ich hier jetzt irgendwie mehrere OBS-Ninja im gleichen Chrome laufen lasse. Das läuft ja alles über WebRTC. Und ich glaube, WebRTC versucht halt hochgradig Peer-to-Peer zu machen. Und wenn dann irgendeine mehrere Sessions sind vom gleichen Browser, könnte das daran liegen. Also im Normalbetrieb passiert das nicht. Es ist da, man hängt halt wirklich schlicht im Internet. Dann klopfen wir mal auf Holz, dass das Internet durchhält dieses Wochenende. Das Wetter wird ja nicht so schön. Naja, also noch hier ist es hier schön sonnig. Ich habe schon Lüfter aufgestellt, damit irgendwie das hier so noch unter 30 Grad bleibt in der Bude, hoffe ich mal. Gut, ja. Und dann gibt es hier auch so Krant, wie beispielsweise der Pausenschirm kommt von dem Info-Beamer. Der Info-Beamer liegt hinter dem Rechner und ist angeschlossen über einen USB-Frame-Grabber. Gut, ja, was brauchen wir sonst noch dann? Da ist der Info-Beamer jetzt auch mal in der Uhrzeit mit drin. Und wir haben für das Kinoprogramm, das hatten wir vorhin halt über diverse eingebundene Playlisten dann halt mit drin. Ja, was gibt es sonst noch zusammen? Gibt es noch was im Chat? Im Chat gab es noch mal zu diesen grauen Bildern irgendwie Fragen, aber ich glaube, das haben wir gerade geklärt. Gut, dann ist hier eine Frage, bricht der Stream, wenn sich während dem Teilen eines Fensters, wenn sich die Größe des Fensters ändert? Nee, das sollte eigentlich gehen. Ja, das hängt so ein bisschen vom Browser ab, was problematisch ist, also das Fensterteilen über das OBS Ninja kann wackeln, wenn man die Größe ändert oder gar das Fenster verkleinert und dann wieder hochholt. Das heißt, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, insbesondere dann, wenn das Fenster auch Audio mitschicken soll, nein, also wenn man Audio mit übertragen möchte, weil da irgendwie noch irgendwelche Medien eingebunden sind. In dem Fall sollte man einen ganzen Monitor übertragen, notfalls halt, ich sag mal, einen zweiten Monitor mit anstecken und dann sagen halt Share Fullscreen. Dann ist man auf jeden Fall auf Nummer sicher. Das ist auch das, was ich hier gerade mache. Ich habe einfach hier noch einen dritten Monitor einfach angelegt und da gucke ich auch immer so krampfhaft zurück, weil das Monitor ist, der rechts im Regen steht. Ich kann das ja hier mal kurz machen. Ich habe ja bei mir einen Chrome-Tab geteilt, weil was anderes kriege ich mit meinem Setup gerade nicht hin. Ach, das sieht man aber gerade nicht, ist gerade nicht live, oder? Ah, okay, das könnte ich jetzt aber mal hier unten schalten. Ich hole dir jetzt mal eben nach vorne. Was passiert, wenn ich jetzt deinen Tab da rein tue? Ich nehme jetzt deinen Tab raus und den rein. So, und ich musste mal eben sehen, dass ich die Nummaschine rüberhole. Ah ja. Klack, so, jetzt ist deine Präsentation da, also dein Monitor. Genau, und dann verändern wir jetzt, ich meine, das ist ja gerade der Slot, wo man das alles mal ausprobieren kann. Dann mache ich das jetzt mal kleiner. So, ist irgendwas passiert? Oh ja, es sieht gut aus. Bewegt das sich noch was? Weil im Moment ist das ziemlich statisch, oder ist das ein Bild? Nö, ich kann ja auch ein bisschen herlaufen. Genau, das wird halt so ein bisschen, das verändert dann halt tatsächlich, wie das dargestellt wird. Also, wenn wir jetzt euer Bild für eine Präsentation einpassen auf 16 zu 9 und ihr ändert dann das Fenster vom Browser, dann kann es natürlich sein, dass das alles nicht mehr so richtig gut passt im OBS und dass wir dann komische Effekte haben. Oder dass Sachen abgeschnitten werden oder Streifen entstehen und so weiter. Also, vielleicht so als Tipp, wenn ihr eine Präsentation macht, während der Präsentation nicht unbedingt die Größe des Fensters verändern. Ja, aber wenn dann jetzt irgendwas passieren sollte und da jetzt irgendwelche Sachen auftauchen, dann, ne, das ist Resize-Betrieb. Warum geht das jetzt nicht? Ich muss erst draufklicken. Ach, ne, ihr seht jetzt gerade das Falsche. Ich hänge mal das wieder rein. Jetzt müssen wir den OBS im Monitor haben. Genau, so. Und jetzt versuche ich hier. Also, irgendwie geht die für die Alters, äh, da jetzt. So, und dann kann ich halt hier anfangen, lustig zu beschnallen, zu sagen, ich will den Fenstertitel da nicht mit drin haben. Ich will das kleiner haben, ich will das größer haben. Das kann ich dann entsprechend hier alles noch einstellen. Und beim nächsten Übergang ist das dann da drin. So, jetzt setze ich das wieder zurück hier. Ich kann da auch die Krister machen. Okay, gut. Reset. Hier kommt auch gerade die Frage, wie viele Ressourcen auf dem Streaming-Server noch verfügbar sind. Nicht, dass wir die Hardware kaputt machen, aber das muss Freipunkt München beantworten, die Frage. Aber wir haben noch einen Stream, also das kann ja... Das ist ja das für München. Genau, also wir haben ja noch diesen einen Stream hier. Ach so, er meint, Streaming-Server sei nicht gleich der FF-MUC-Server, die hätten noch genug Luft. Aber dein Rechner, der scheint bislang auch ganz gut damit zurecht zu kommen, oder? Ich gucke mal, ob ihr das da unten sehen könnt. Ich muss nur eben die... Wie gesagt, ich gucke hier so diagonal auf die Sonne, wo ganz hinten im Regal steht. Das ist aber so ein bisschen schwierig alles. Also der... Könnt ihr es erkennen? Ich weiß es nicht. Also hier im Stream ist, glaube ich, mein Bild davor. Deswegen sieht man da nicht, was da... Ah, okay. Okay, ich gehe nochmal zurück, weil ich kann das nur resisen, wenn das... So, Übergang. So, jetzt müsste es Stream zu erkennen sein, hoffe ich mal. Ich gucke da jetzt selber gerade mal rein. Also irgendwie so 2% oder sowas müssten da irgendwie so 1,8%. Der Rechner mit 60. Aber er kriegt auch geholfen von der RTX-Grafikkarte. Ja, ich denke, dass... Mehr Sorgen müssten wir uns höchstens um Internet machen, wenn irgendwie bei Vodafone oder was weiß ich, wo du gerade bist, was einknickt, dann wäre es problematisch. Genau, und was die Nachbarn hier so im Internet machen, ja. Also das ist ein MPTCP-Router, der mehrere Uplinks hat, aber Upstream ist halt häufiger mal, weil der Haupt-Upstream halt ein Doxxus ist. Da gibt es ja halt nur einen. Ich lese auch im Chat, dass es wohl Audio-Aussätze gibt. Vom Grünen, also du wahrscheinlich, Adorfer. Der grünen Hintergrund ist Adorfer. Ich habe auch einen grünen Hintergrund, den sieht man bloß nicht. Ja, genau. Ich habe hier mein OBS ausgemacht. Mein Rechner, an dem ich hier sitze, ist hier so ein bisschen am Anschlag. Von daher, ja, sorry. Wird nachher im anderen Setup besser. Oder habe ich versichert, dass RTX Voice zu hoch eingestellt hat? Meinem Rechner könnte auch sein, aber wie gesagt, die Audio-Aussätze sollten dann eigentlich weg sein. Gut, ja, dann haben wir das eigentlich soweit. Bei den normalen Talks haben wir dann halt immer noch ein Pad drin. Dann gibt es im Hintergrund drei Personen, die noch aktiv arbeiten. Zum einen ist das die Person, die diese ganze Einrichtung macht. Also das ist F, die sitzt dann im Mumble, nimmt die einzelnen Vortragenden entgegen, versorgt die halt mit diesen Links, bedient dann diesen Director-View hinterher während des Vortrages. Dann gibt es als nächstes einen Signal Angel, der sich darum kümmert, die diversen Fragen einzusammeln, das Pad, ich sage jetzt mal, zu sortieren, das da einzupflegen, die diversen Chats, also die bei Freifunk München oder es gibt, glaube ich, den Stream auch noch bei YouTube und bei Twitch, auch dort hineinzugucken und in andere Sachen reinzutun. Dann ist natürlich der Herald da, mit dem dann die Vortragenden hinterher das Q&A machen. Und dann gibt es noch den Stream-Watching Angel, der immer in die Runde läuft und guckt, dass die Streams bei den diversen Playout-Plattformen nicht hängen, dass man notfalls da nochmal gegen treten kann. Wenn dann YouTube das Wackeligste hat und nicht automatisch wieder resumt, weil dann muss man den Stream für eine Note beenden, wenn man den zu schnell wieder startet, ja, keine Ahnung. Ja, aber das Wichtigste ist ja, dass der Stream zu Freifunk München geht. Das ist unser Hauptkanal und der Rest ist eh nur... Genau, und dass wir nicht vergessen haben. Ja, und dass wir nicht vergessen haben, auf Aufnahme zu drücken. Ja, 25 Minuten sollte reichen, oder? Ja, falls noch weitere Fragen sind, wir sind ja in der Welt. Genau, kommt einfach in die 2D-Welt, die wir gebaut haben. Da trefft ihr uns dann, glaube ich, ab heute Abend irgendwann. Und da könnt ihr jede Frage noch loswerden zum Setup. Gut, ich gucke mal kurz, wie viele... Wir haben sogar 14 Zuschauer jetzt schon im Stream, dafür, dass es quasi nur die Generalprobe ist. Ja, die Session haben wir aufgezeichnet. Ihr könnt ja gerne nochmal nachschauen dann. Genau, und es wird hier niemand auch die Präsentationsfolien fragen. Das ist mal schön. Ja. Ja.